Jetzt möchte ich dir ja erstmal einen Überblick verschaffen, über was erwartet dich im Kurs Talent Open Studio Grundlagen. Ich habe eine klare Struktur geschaffen in dem Projekt selber, was ich dir zum Kurs entliefere, wie auch im Kurs, und habe dort ganz viele praktische Beispiele reingepackt, das Ganze noch ein bisschen aufgelockert durch Wissenstests zwischendrin, damit bei dir keine Langweile entsteht und ich dich vor allem nicht mit Theorie zu Tode langweile. Wichtige Inhalte sind zum Beispiel, dass du am Anfang natürlich erstmal ein Setup brauchst und die Oberfläche kennenlernst, danach lernst du viele Integrationen, also viele Datenquellenziele kennen, lernst dann in dem größten Kapitel in diesem Kurs, was alle wichtigen Transformationen sind, dann zeige ich dir zum Beispiel auch den Umgang mit Variablen und die Orchestrierung von Jobs. Ich empfehle dir bei dem Ganzen immer mit zwei Screens zu arbeiten, auf einem schaust du das Video, auf dem anderen kannst du das Beispiel nachbauen. Wenn du mal Videos triffst, wo du schon dich auskennst, dann geh sie entweder schnell durch oder du kannst sie auch überspringen. Heißt mit anderen Worten, du musst natürlich nicht linear arbeiten oder wenn dich spezielle Themen interessieren und send mir natürlich auch gerne deine Fragen und Vorschläge, wenn du irgendwann mal nicht weiterkommst oder meinst, ich hätte etwas anderes besser machen können oder auch weglassen können. In diesem Sinne, auf geht's, lass uns starten in den Kurs Talent Open Studio Grundlagen.